Jans und Herzlich Willkommen zurück zu Carry On Weiter geht's, ich bin gestorben gerade in der letzten Folge Und äh, ja Wait, 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 wait Wieso will ich da jetzt nochmal alles machen? Er, hat sich das denn nicht gespeichert? Knappes Ding, ich hab das offensichtlich nicht gespeichert, das scheiß Teil Naja So, dann hat nochmal das gleiche Sollte ich eigentlich auch wissen, wie es funktioniert Einfach zweimal den Schalter betätigen Wirklich sehr weird, das ist dann Ähm, Biomasse platzieren Dann raus Schalter betätigen Und ich würde dann die Biomasse mitnehmen Damit ich da ein bisschen mehr, äh Gesichert bin Ist zwar Ziemlich Sehr, äh Soll ich sagen Unflinker Jetzt bin ich hier Scheiße Scheiße Okay, jetzt die Frage, wie mach ich das? Lass mich! Komm her! Oh, shit! Oh, shit! Ein bisschen Mayhem gehören, so. Und alles schön zerstören. Alright. Ist das... Und? Doch, doch, dann kann ich speichern. Okay. Das ist noch ein Schalter, aber den kann ich nicht betätigen. Nee. Why? Ich wollte den Schalter nicht drücken. Oh, dann noch nicht zumindest. Ja, naja, das kann ich den A-settelboden. Okay. 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 Alter. Nicht gut. Okay. What the? Help. Wait a second, wait a second. Und Charge! Kannst du mich auch immer treffen? Nein. So, und die Tür. Aber erstmal da oben durch. Okay, das bringt uns doch gar nichts. Dann halt. Warte kurz, schauen wir in der Laterne. Ne, wait, da oben auch. Und? In ein Queschen. Was gibt's jetzt schönes? Neue Dennis absorbiert Parasitismus. Übernimm direkte Steuerung an den Organismen. What the f**k? Alter! Und dann zerfleddert er einfach. Okay, das ist nice. Das ist nice. Kurz aufladen. Und speichern, wenn möglich. Ebenwohl speichern, bitte. Okay, das ging nicht. Ich muss das irgendwie gerade noch ein bisschen begreifen, wie das funktioniert. Okay. 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 Okay, springt. Alter. Sehr viele neue Wege mit sich. Okay. 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 Mal muss es still und heimlich tun. Okay. 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 Hehehehe. Ist das noch jemand? Nope. Wo geht's da lang? Okay. Okay. Ich wahrscheinlich auch schon. Okay. 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 durchbrochen. Was hat es mit diesem Status durchbrochen auf sich? Okay, da geht es nicht lang. Oh, ist das was? Steigt sich irgendwo anders? Ist ja wahrscheinlich da unten. Und jetzt kann man hier lang. Oh, das ist das. Abkürzung, danke. Das ist natürlich die Frage, wo geht es wieder weiter und wo lang? Hier ist der botanische Garten, den wir jetzt so gesehen auch zu 100% fertig haben. Das wird wahrscheinlich schon irgendwo oben sein. Mal kurz speichern, ist ja richtig. Okay, hier kommt man aber nicht durch. Nee, falsch. Staus zerstört 100%. Militärischer Schrottplatz, der wird sich gerade zerstört. Wo geht es weiter? Durchbrechen. Durchbrechen. Hmm. Uranmine. Ich verstehe halt nicht, was durchbrechen heisst. Was soll das bedeuten? Eindämmungseinheit Nummer 3? Okay. 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 Nochmals da runter, bitte. Scheiße. Scheiße, ich soll das gehen. Wie soll das funktionieren? Ich hoffe, es soll das nicht hinzufügen. Ich hoffe, ich antib Never. Da fehlt uns wahrscheinlich irgendwas noch. Okay, ich glaube aber nicht, aber ich glaube, das ist das einzige, was uns hier noch fehlt. Wenn ich das so sehe. Aber wie will man das schaffen? Hm. Es hört sich immer so weird an, wenn man sich hier so durchhakelt. Ja, wow, danke. Okay. Es ist so ein Labyrinth hier unten. Da fehlt uns auf jeden Fall auch noch irgendwas. Was? Hier geht es doch irgendwo hin, oder? No! Nicht durch. Ist das ein neuer Bereich? Da unten? Oder ist es nur eine Abkürzung? In einem neuen Bereich? 2. Neue DNS. Polykeria. Bilde ein zweites Greif-Tentakel. Alright, und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.